Herzlich Willkommen bei meinem mittlerweile 40. Kurz Video zu Windows Grundlagen, Windows Grundkompetenzen. Jetzt geht es wiederum um die Taskleister. Ich zeige dir, wie man die automatisch ausblenden kann. Wie kann ich das einstellen? Ich gehe wieder in die Taskleiste Einstellungen, suche meinen freien Platz aus auf der Taskleiste, rechte Maustaste, Taskleiste Einstellungen und kann dann hier oben gleich festlegen, relativ weit oben schon Taskleiste im Desktop-Modus automatisch ausblenden. Wenn ich dann hier auf eingehe, das dann wirklich ausgeblendet wird, wird sie mir dann tatsächlich im unteren Bereich ausgeblendet und halt wieder eingeblendet, wenn ich mit der Maus nach hinunter fahre. Ja und das war es schon. Danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns gleich wieder im nächsten Kurzvideo.